Wenn Sie sofort Aum sprechen, sagen Sie Aum und sagen, in der Stille danach, in der Zeit kann es ausgehen, es ist alleine sein, es ist kein Tod, es ist in Ruhe, die Mantra müsste auch mal schweigen, müsste auch mal schweigen, dann pissen wir da und sagen Aum und dann lauschen wir, nachdem das Aum ausgesprochen wurde, in die Stille des Wortes zu nennen, da werden Sie auch eine physische Kraft und Power erleben. Keine psychische Spielerei, sondern Sie werden sehen, wie es da haut es durch den Körpersinn. Wenn Sie das ein paar Mal machen, könnten Sie das nicht mehr machen. Aber das heißt, Sie brauchen nicht die Mantra und dieses Buch, ich glaube, Sie müssen zum Ende kommen. Es gibt jetzt eine neue Auflage der Mantra, weil...